Auf die Plätze! Fertig! Auf die Plätze! Sechs Treffer in der Klub-Challenge, damit den ersten Versuch pulverisiert, die zwei ganz klar geschlagen. Wie zufrieden bist du? Ja, ich denke, Jeff hat es sehr gut gemacht. Ich habe nur geholfen und Jeff hat alles gemacht. Siehst du das genauso? Ja, wir sind ein eingespieltes Team und wir können zufrieden sein. Und damit übernimmt der Bergische HC die Führung in der Klub-Challenge-Wertung vor der HSG Nordhorn-Lingen. Sechs Treffer in 42 Sekunden – eine echte Ansage an die Konkurrenz.